Als entwicklungsorientierte Steuerkanzlei in München-Heidhausen betreuen wir Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Steuern, Betriebswirtschaft und Rechnungswesen. Ich arbeite gern bei Atlatus, weil man hier sehr flexibel sein kann. Man kann die Arbeitszeit auch mal reduzieren. Speziell mit Kind ist es halt sehr praktisch, weil man dann durch Termine ein bisschen besser steuern kann. Wir haben hier offene Türen, kurze Wege zu den Chefs, eine große Vielfalt an Mandanten. Also die Lage ist sehr gut, der Ostbahnhof, da fährt ja alles hin, die S-Bahn, S-Bahn, Bus. Man darf eigenverantwortlich Mandanten betreuen. Bei uns wird jeder Mitarbeiter als Mensch wahrgenommen. Darauf legen wir besonderen Wert. Ich wurde herzlich aufgenommen. Atlatus kümmert sich sehr um seine Mitarbeiter. Neben einer guten Verkehrsanbindung bieten wir ein Jobticket, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice mit voller IT-Ausstattung, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und vieles mehr. Von der Digitalisierung her sind wir eigentlich vom Programm her immer mit auf den neuesten Stand. Wir suchen Steuerfachangestellte und Steuerfachwirte, die Lust haben, in einem tollen Team zu arbeiten. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann komm zu uns ins Team. Bewirb dich gleich hier, völlig unkompliziert. Wir freuen uns auf dich. WDR 3